Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Holzspalter-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der Holzspalter von Artica besticht durch eine hohe Spaltleistung von 12 Tonnen bei gleichzeitig sehr sauberer Verarbeitung und sicherer Handhabung. Mit dem Spalter können Sie Holzscheite mit einer Länge von bis zu 1,35 Metern verarbeiten und dank Zwei-Hand-Bedienung ist die Bedienung sehr sicher und komfortabel. Zum Betrieb wird ein 400-Volt-Stromanschluss benötigt, mit dem das Gerät eine Leistung von 3,5 Kilowatt erreicht. Der Transportgriff und die großen Räder machen die Handhabung und den Transport komfortabel. Gleichzeitig ist er durch sein Gewicht von über 170 Kilogramm stabil und solide. Die Spaltplatte ist höhenverstellbar, die Keillänge beträgt 24 Zentimeter und der Geräuschbegel wird dank des guten Elektromotors auf ein Minimum reduziert. Spaltkreuz und Schwenktisch sind im Lieferumfang enthalten. Der Spalttisch ist dreifach höhenverstellbar und dank Griffschutz und Zwei-Hand-Bedienung sehr sicher in der Handhabung. Auf Nummer 4. Der Forest Master ist ein leistungsstarker Holzspalter mit einer Spaltkraft von 10 Tonnen, der aufgrund des sehr günstigen Preises auch sehr gut im privaten Bereich eingesetzt werden kann. Die Verarbeitung ist recht solide und dank des Duo-Code-Messers in Verbindung damit, dass der Holzspalter sowohl horizontal als auch vertikal betrieben werden kann, ist der hydraulische Holzspalter flexibel einsetzbar. Sie ist höhenverstellbar, die Spaltgeschwindigkeit variabel einstellbar und kann über ein Fußpedal oder horizontal über einen Bedienhebel bedient werden. Obwohl es sich um einen handhydraulischen Holzspalter handelt, ist die Spaltleistung sehr hoch, sodass auch dickeres und härteres Holz gut verarbeitet werden kann. Im Gegensatz zu motorisierten Geräten ist jedoch etwas Muskelkraft erforderlich. Die Hebelwirkung ist aber gut, sodass der Aufwand überschaubar bleibt. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unsere Liste auf Platz 3 Wenn Sie auf der Suche nach einem manuellen Holzspalter sind, könnte das Modell LockSafe eine gute Alternative für Sie sein. Die Handhabung ist etwas umständlich, aber insgesamt einfach. Das Modell eignet sich besonders für Weichholz und kleinere Spaltarbeiten für Anzünd- und Brennholz in kleinen Mengen. Die Anwendung ist sicherer als mit einer Axt und erfordert kaum Kraftaufwand, da das Spalten mit einem Gewicht erfolgt. Er muss nur nach oben bewegt werden und treibt dann den Keil mit Hilfe der Schwerkraft ins Holz. Er ist witterungsbeständig, ergonomisch geformt, sodass er sich nach dem Wendestockprinzip leicht auf das Holz aufbringen lässt und Sie problemlos Holzscheite bis zu einer Länge von 40 cm spalten können. Bei Nummer 2 Der Schepach Holzspalter ist im Vergleich zu anderen Geräten sehr günstig und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt auf ganzer Linie. Trotz des günstigen Preises ist er gut verarbeitet und erreicht mit einer Elektromutterleistung von 2,2 kW eine Spaltkraft von gut 6,5 Tonnen, was für die meisten Arbeiten absolut ausreichend ist. Für einen liegenden Holzspalter ist die Spaltlänge mit 52 cm ebenfalls sehr ordentlich und auch der maximale Spaltdurchmesser kann sich mit 25 cm sehen lassen. Er wird mit Netzstrom, 230 Volt, betrieben und ist mit einem Gewicht von nur 45 kg auch sehr leicht zu transportieren. Bei Bedarf können auch spezielle Spaltkreuze erworben werden, um einen Stamm in vier Teile teilen zu können. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste Der Forestmaster Brennholzspalter war Testsieger und damit bester Holzspalter. Es ist in erster Linie für den privaten Gebrauch konzipiert, denn mit einer Schlitzlänge von 37 cm und einem Schlitzdurchmesser von 25 cm ist es für den professionellen Einsatz etwas zu unflexibel. Sie wird mit normalem Netzstrom betrieben und erreicht bei einer Leistung von 2,2 kW eine Spaltkraft von 5 Tonnen. Das reicht zwar für einfache Anwendungen aus, ist aber im Vergleich zu anderen Modellen deutlich geringer. Die Handhabung ist jedoch sehr komfortabel, sie arbeitet leiser und zuverlässig und verfügt über eine Zwei-Handschutz-Funktion, die die Bedienung sicher macht. Als Einsteigermodell für kleinere Holzstücke ist das Gerät bestens geeignet und trotz des etwas höheren Preises ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dank der langen Lebensdauer unterm Strich sehr gut. Durch das sehr geringe Gewicht von 38 kg ist der liegende Holzspalter zudem sehr leicht und einfach zu transportieren. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.